einen wunderschönen guten abend euch allen zusammen da bin ich auch schon wieder ich habe mehr lust auf dark souls deswegen machen wir einfach heute schon damit weiter dachte ich mir können wir ja mal machen einfach direkt zwei tage hintereinander warum denn nicht hält mich zumindest niemand von ab lasse ich mich auch nicht von abhalten zumindest ein bisschen war zumindest nichts da was mich hätte abhalten können heute version wir haben ja noch mindestens drei sachen die ich mir anschauen wollte erst mal na ich habe ja noch zwei schlüssel drei schlüssel die ich noch nicht benutzt habe zwei aber relativ am selben ort und dann diese schale für den lostrick kram haben wir ja bekommen die ich irgendwo platzieren soll wo ich noch keine ahnung habe genau wo aber das machen wir als drittes gucken wir uns erstmal die sachen mit den schlüsseln an wenn ich denn finde wo die alle hingehören zwei gehörten ja in das eine gefängnis was ich so gar nicht mochte wo ich dauernd angeschrien wurde und mich erschreckt habe nicht wahr hier alte zellen schlüssel und der schlüsselbund des werters und dann hatten wir ja noch der hier müsste das gewesen seine der aufzug raum schlüssel der typ da oben hatte uns ja voll gelabert keine ahnung ob der jetzt noch da ist ne der chillt schon wieder nicht mehr hier rum aber wenn ich das richtig im kopf habe so die beschreibung wo das sein könnte ist das gar nicht weit weg ist relativ am anfang glaube ich also hier in der nähe da das leuchtfeuer dann rein und runter und so glaube ich zumindest und wenn nicht dann weiß ich es auch noch nicht hätte es gedacht das darfst da ist ja noch einer warte du meinst herum stressen zu müssen jetzt nicht mehr hier hätte ich auch einfach springen können da glaube dass das hier irgendwie ich wollte sagen das licht ist auch neu ich erinnere mich nicht dass das hier beleuchtet war ich wollte nicht wieder hoch möchte hier bleiben das sieht ja schon sehr einladend hier und aus das war schon alles so wie der da geredet hat von wegen irgend so ein finster typi dachte ich hier kommt ein boss und hier steht nicht nur irgend so ein so einer rum den ich mal kurz abstechen kann und dann den roten augapfel bekommen den ich nie benutzen werde weil das ja online gegenstand ist noch super das hat sich ja jetzt nicht gelohnt das ist ja schade war schon darauf eigentlich halb vorbereitet hier unten gegen den boss zu kämpfen aber dann halt nicht dann gehe ich halt wieder das war ja jetzt öde wenn der gegner wenigstens so rum gestanden hätte dass er mich sieht wenn ich da reinkomme dass ich ihn nicht einfach von hinten abstechen kann okay dann zurück in den kerker war da haben wir noch ein paar türen aufzumachen dann hört mir meine begeisterung schon an da rein zu gehen wieder ich bin von dem ort immer noch so begeistert man hier vorher schon türen ich glaube nicht nie hier geht es nur wieder raus der einzige grund dass ich den ort hier gefunden habe war ja auch überhaupt weil ich da oben noch jemanden befreien wollte aber ich da den weg nicht reingefunden habe jetzt sind wir in diesem schönen ort wieder ich habe meine fackel gar nicht mehr ausgerüstet okay jetzt nicht geschafft mich zu verzaubern Sehr gut. Jetzt können wir nämlich mal hier aufmachen und gucken was. Gott, diese Geräusche hier alle schon wieder. Eine rostige Goldmünze. Sehr gut. Die habe ich nicht vergessen. Was ist denn da unten schon los? Der ist ja furchtbar. Das Vieh klingt so matschig. Sehr widerlich. Hey, der Zweite, der es nicht geschafft hat. Lass das doch mal. Sagen, da kommt doch noch einer die Brücke wieder rüber, ne? Hier war nur die Tür, die wir schon aufgemacht haben. Mit einem anderen Schlüssel. Dann gehen wir jetzt erstmal einmal hier runter, ne? Wow. Nice. Nee, zustechen. Warte, ich steche nur zu, wenn ich den Schild trage. Hier noch eine Tür. Hier noch eine Tür. Das ist das Gefängnisleiter, das heißt, wir können uns wieder neue Items kaufen. Nice. Ich habe dich noch gesehen. Achso, das ist nochmal derselbe Raum. Sehr gut. So, wo war das Ekelvieh hier? Oh. Dich meinte ich zwar nicht, aber du bist auch eklig. Ah, fuck. Muss ich gleich zwei von den Klumpen essen, solange wie das anhält, ne? Ah, nee, jetzt halt die Maden sogar direkt weg, das ist ja nice. Gut zu wissen. So, dann haben wir auf der Seite hier alles abgeklappert. Dann gehen wir mal noch auf die andere Seite. Schon wieder einladende Geräusche. Hm. Wer hat mich jetzt... Magst du nicht mal angelaufen kommen? Oh. Du stehst da so doof. Komm doch mal her. Nee. Und dann halt nicht. Oh, jetzt kommt er. Hat sich doch dafür entschieden, hier hinzukommen. So halb. Hallo Miri, schönen guten Abend. Diese Geräusche. Weg mit Deal. Komm. Stirb's auch wieder. Okay. Ah, hier oben noch was. Ein leerer Raum und sonst nix. Hier runter gehen... Einfach auf den drauf springen wir jetzt auch doof, weil die anderen beiden da noch rumlungern, ne? Komm, wir schießen erst dir in den Kopf. War ich nicht. Ja, stech mal mit deinem Brenneisen nirgendwo hin. Mach dat mal. Mach dat mal. War ich nicht. Oh. Gott sei Dank, du kommst... Genau, du kommst die Treppe doch eh nicht ganz hoch. Und du drehst wieder um. Und der vierte Pfeil wird dich töten. Ich glaube, der bleibt ja wirklich in der Ecke stehen. Das heißt, um den hier sollte ich mich schon kümmern können. Nein. Er macht doch schon was. Der pupst zumindest rum. Und das war's. Guckt jetzt wieder brav in die Ecke. Sehr gut. Ey. Die Kammer hier habe ich einfach vergessen reinzuschauen, ne? Als ich das erste Mal von der Richtung reinkam. Ach ja. Schuss. Die Tür war ja nur irgendeine Abkürzung woanders hin, ne? Oh. Was. Oh web. Jetzt habe ich hier drin keine andere Tür mehr gefunden. Habe ich nicht noch einen Schlüssel nicht benutzt? Der war doch eigentlich so. Den habe ich jetzt ein paar Mal benutzt. Den habe ich schon benutzt, aber den alten Zellenschlüssel noch nicht, oder? Der erste Gefangene des Verlieses war ein einsamer Riese. Zellen für Menschen wurden zu seinen Füßen errichtet. Ist er nicht hier drin? Oder war das die Tür da hinten? Ne, die Tür da hinten war, glaube ich, eine, die ich einfach von dieser Seite nicht öffnen konnte, ne? Die habe ich ja dann von der anderen Seite geöffnet. Glaube ich. Da ist der Hebel für den Fahrstuhl. Ja, da kam ich von unten hier das erste Mal hoch und habe dann die Tür aufgemacht. Von der Beschreibung von dem Schlüssel würde ich ja dann auch eher sagen, die Tür, die ich suche, müsste höher sein, ne? Oh ne, hier unten könnte auch noch Kram gewesen sein. Das sind nur jetzt wieder diese ganzen Typis. Wir werden jetzt nach und nach wegpullen da auf. Das ist ja noch etwas genug. Da ist ja fast so qualify. Jetzt ist wieder einer von denen, die einfach nicht angelaufen kommen. Na komm. Ich habe echt zwischen denen hergeschossen. Wow. Ne, ne, ich bin schon hier. Du kannst schon weiter herkommen. Watschel, watschel, watschel. Und tot. Da habe ich die Schritte von diesen Ratten gehört. Und die sind gerade richtig Low-FPS, wa? Voll die Low-FPS-Ratten. Ah, du fängst doch sogar an hier hin zu watschen, obwohl du so weit weg bist. Jetzt bekommst du noch einen Pfeil ins Knie oder in die Nähe. Oh, der hat nicht getroffen. Das hat der zweite Fall nicht getroffen, weil der erste Fall, den ich daneben geschossen habe, sie so abgelenkt hat, dass sie woanders hingeguckt hat und sich so langsam umgedreht hat. Super. Warum sind die Pfeile eigentlich in meiner Schnellauswahl? Die kann ich doch eh nicht benutzen. Naja, lieber hier die Giftpfeile oder so, ne? Oh, du schießt die eigentlich. Ich muss die gar nicht we... Das gibt natürlich Sinn. Ich muss die Pfeile ja gar nicht wechseln. Ich schieße einfach die zweitausgewählten Pfeile mit dem Trigger anstatt mit dem Knob. Sollte eigentlich keine Überraschung sein. So. Hier war ja, glaube ich, noch irgendwo mindestens eine Tür zum Aufmachen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber räumen wir erstmal wieder alle anderen Stellen auf. Oh. Ihr könnt ja sogar mit eurem Start ein bisschen rumzaubern. Hey. Hätte ich den Gegner nicht getötet, habe ich, glaube ich, gerade 32.323 Seelen gehabt, wa? Ach, guck mal. Ich habe vergessen, die Kiste das letzte Mal aufzumachen. Also. Aufzumachen. In Anführungsstrichen. Ist ja so eine Kiste. Da wollte ich... Da habe ich erst hier weiter aufgeräumt und dann bin ich nicht mehr zurückgegangen, ne? Ups. Na gut, dass ich mich doch nochmal entschieden habe, für die Schlüssel zurückzugehen, ne? Ich glaube, die Türen hier sind schon alle offen. Sehr gut. Was diese Wolke, die die machen, macht, habe ich auch immer noch nicht ganz verstanden. Okay, das ist auch noch eine normale Zelle. Hier ist nichts drin. Oh doch, da sitzt jemand. Wollte sagen, ich habe dich nicht vergessen. Ich habe dich vorher noch nie gesehen. Oh, du bist nicht einer von ihnen, are du? Ich habe meine Entschuldigung, für mich zu verabschieden, für einen dieser Leechs. Also, was business hast du hier? Das ist eine Lande von monstrositäten. Und ich bin kein Exception. Du bist hier, um mich zu retten. Aber ich bin schuldig. Ein wütterer Kind des Abyss. Ist das etwas, das du dir verabschieden kannst? Oh, wirklich? Du bist kein ordentlicher Mann. Sehr gut. Außerdem, ich habe mich zu verabschieden, um die Verabschiedung zu verabschieden. Ich bin Carla. Und ich akzeptiere deine Proposal. Wenn irgendjemand neu ist, yay. Von der Kleidung würde ich schon fast sagen, Pyromantin. Aber kein Dunst. Einen alten Gefängnis-Schlüssel habe ich jetzt doch wieder nicht benutzt. Jetzt bin ich wieder hier. Da war doch noch mehr in diesem Verlies, oder nicht? Das ist der eine Schlüssel, den ich noch habe. Der muss ja hierhin gehören. Wäre ja sonst Quatsch, wenn nicht. Aber ich habe ja noch nicht wieder alles angeschaut. Ich bin gerade durch das Gitter da durchgelaufen. Sehr gut. Au. Habe ich da hochgekommen? Wir wären nur zu unseren fünf Pupsfreunden da. Mit ihrem, äh, Verfluchungsgas. War da unten noch eine Tür? Ich glaube nicht, ne? Noch früh am Anfang, glaube ich. Gehen wir aber so zurück. Stimmt, hier vorher war ja auch noch Kram, ne? Weißt du nicht, ob hier noch Türen waren, oder nicht? Da ist die Leiter. Ich wollte sagen, hier war doch eine Leiter. Okay, und hier waren so viele Gegner. Ich letztes Mal immer mit Pfeilen einzeln weggepullt habe und so, ne? Wird natürlich schwierig, wenn ich von der Richtung komme. Aber wir können anscheinend nicht viel. Auch nicht zusammen. Sind nicht gut im Teamwork. Ne, ne, lauft mal wieder zusammen. Das wäre schöner gewesen. Na, das geht auch so. Ne, komm du mal mit. Waren hier doch gar keine Türen mehr. Komm ich jeweils immer nur wieder hier raus, ne? Oder? Warte, bei dem dritten Loch bin ich mir nicht mehr sicher. Das zweite hier auch, aber das... Ja doch, das sollte mich ja da auch in die Nähe bringen. Oder? Ah ja, dann bin ich hier oben. Da stand eben noch so ein Wächter rum. Wie kam ich denn da hin? Weiß ich nicht mehr. Von da unten irgendwo. Da würde ich ja eher rauskommen, ne? Lass mich trotzdem mal eben hier runter. Da müssen wir uns da eben kurz ein bisschen Rattentöter spielen, aber das geht ja, ne? Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich hier hinkomme. Schauen wir doch mal eben schnell. Jetzt bin ich wieder hier. Nicht ganz, wo ich gedacht habe, wo ich rauskomme, aber hey. Da liegt auch noch ein Item rum. Das heißt, da war ich halt auch noch gar nicht drin, ne? Böse. Du auch? Wenn wir gerade schon hier sind, dann können wir die auch mal eben noch wegräumen, ne? Machen wir mal fix die Rattenlöcher, Leo. Na komm. Außer die kommen da wirklich immer ewig raus. Aber ich glaube nicht, ne? Nee. Wenn ich da hochklettere, dann bin ich halt wieder zu hoch, ne? Eine sichtbare Wand ist hier aber auch nicht. Hm. Das heißt, das ein Teil war ja sogar ganz unten jetzt bei mir mit auf dem Boden, ne? Das heißt, hochklettern ist sowieso eigentlich wieder doof. Das ist ja nur, um dann hier rauszuspringen und dann bin ich wieder hier ganz oben. Und das ist ja nur der Weg wieder rein, ne? Wenn ich jetzt da runtergehe. Warte, ich kann hier auch... Nee, kann ich nicht. Mist. Mit Anlauf? Vielleicht? Nee. Ich sehe... Also visuell meine ich ja eigentlich schon, dass das hoch genug sein sollte, aber dann halt nicht. Vielleicht irgendwie von hier draußen aus? Nee. Noch weiter zurück hilft ja auch nicht, dann bin ich gleich nur wieder... in dem Verlies. Oder Kerker oder was auch immer. Na? Und es geht ja sowieso noch höher. Das hilft ja auch nicht. Okay. Aber wie komme ich denn dann mal dahin, wo ich hin will? Jetzt bin ich halt wieder viel zu hoch, ne? Hm. Das ist schon okay. Ja, stimmt. Das war nur der Fahrstuhl, verdammt. Ja, reingesprungen komme ich da ja auch nicht. Das ist ja kein Vorsprung oder so, ne? Ganz kleines bisschen, aber wahrscheinlich nicht so, dass er mir helfen wird. Kann durch das Gitter nicht durchschießen. Warum sollte ich auch, ne? Muss ja irgendwo von der anderen Seite sein. Aber wie? Muss ja von dem Anfang, wo ich hergekommen bin, ja noch irgendwie ein Weg sein oder so, den ich einfach noch nicht gefunden hab. Das ist einfach wieder der Weg raus, ne? Ja. Die Sache ist halt, jetzt bin ich halt eigentlich wieder viel zu hoch. Ich habe schon gedacht. Hm. Sind die da alle tot? Das ist, glaube ich, der Ort, wo ich schon gewesen bin, ne? Ich hier mal weiter runtergehe. Die liegen da alle so an der Tür. Die habe ich da hingelockt und abgeschlachtet. Und da lebt ja noch wer. Wie ist denn das passiert? So viel zerbrechlicher Kram. Ja, muss ich ja wahrscheinlich von da unten irgendwie da hinkommen, wo ich hin will. Aber das ist ja auch wieder nicht an der richtigen Seite. Glaube ich. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm, ich meine zumindest, dass ich den immer noch nicht benutzt habe, ne? Wüsste ich jetzt gerade nicht. Oh, das ist dann nicht mehr hier, sondern wirklich da und in dieser kottlosen Stadt, dass da noch eine Tür war, die ich mich nicht erinnere. Kann ich bei dem anderen Fahrstuhl vielleicht doch irgendwo noch zwischendurch aussteigen. Okay. 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 diese Suche nach Loot, ne? Schrecklich. Von der ich mich wieder von allem ablenken lasse. Aber ey, ich hab schon mal wenigstens auch noch eine Person gefunden zum Befreien, ne? Ich meine halt, dass hier in dem Gebiet dann noch irgendwann eine Tür gekommen ist. Ich erinnere mich jetzt nicht an eine, aber man weiß ja nie. Gottloser Hauptstadt war das auch. Ist ja gut. Hm. Na ja, setzen wir uns mal hin und reden erstmal mit der Person, die wir da gerade befreit haben. Dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Erstmal finden. Oh, nur zu. Geh du mal klauen. Bist du denn auch gerade was, was ich haben wollen würde? Nee, ne? Ich kann meine Pfeile nochmal aufstocken. Du bist da immer noch eingekugelt. Ich glaube, das ändert sich auch nicht mehr. Für dich habe ich erstmal noch eine Asche. Das ist neu, oder? Aber ich laufe doch gerade schon mit einem Nodachi rum, oder? Also, wenn ich es ausgerüstet habe. Nee, ein Uchigatana ist das. Warte, ist das sogar noch ein bisschen besser, wenn ich es aufwerten würde? Möglich, ne? Also, du kannst ja auf jeden Fall schon mal mitkommen. Das ist ja immer noch ein Haufen an Rüstung. Immer kaufst du den Finsternis Pfeil, und warum sind die immer noch so teuer? 200 pro Fall. So ein Quatsch. Genau, habe ich gerade nicht. Dann lässt mich das... Doch, wenn ich das aufwerte, sollte das definitiv stärker werden. Wenn ich die zum Beispiel jetzt erstmal scharf mache, dass die diesen Skaletti immer noch erstmal nur mit C, aber das ist ja okay. Ich könnte noch mehr Gift drauf machen, aber nee. Bei eine Gift und... Blutungswaffe wäre eigentlich auch ganz nett, ne? Und ich kann es auch jederzeit noch wieder erinnern. Ich habe nicht mehr genug kleine Titanit-Färben. Warte. Ich habe zu viele verkauft. Ashen 1. Ah, das ist gut nicht. Jetzt gerade ist sie noch schwächer. Aber wie gesagt, hat ja noch auch Blutung mit dabei. Ja, das Problem ist halt, die skaliert nur 10, ne? Auf Geschicklichkeit. Das Gift dazu könnte ja ganz nice sein, ne? Ja, es skaliert jetzt nur auf C auf Geschicklichkeit, weil ich es halt nicht scharf durchwirkt habe, ne? Ah, sonst hätte ich die, hätte die auch 180 plus 106. Was fast genauso ist wie die hier. Noch ein kleines bisschen schwächer, aber die hat ja noch ein Level weniger. Oh, die tun sich wahrscheinlich nicht so viel. Ach, die ist natürlich auch noch wieder so viel schwerer, dass... Oh, dass ich dann zu schwer bin, um alles zu tragen. Ach, was ist die Scheiße? Warte, wie viele Seelen habe ich denn noch dabei? Ich glaube, das reicht noch nicht für ein Level, ne? Da bist du. Nee, eine mehr muss noch. Müsste die aber schon reichen? Naja. Machen wir mal unsere Belastbarkeit eben nochmal einen Punkt hoch, dass ich das tragen kann und trotzdem unter 70% bin. Ich hätte auch einfach meine Fackel wieder ausziehen können, aber das ist mir natürlich auch wieder jetzt erst eingefallen. Ja. Aha. Du hast ein properer Red-Eye gefunden. Brilliant. Ich wusste, dass du kein ordentlicher Mensch war. Er sagt das so, als ob das total schwer war, das Auge zu holen. Jetzt invaden und pippen. Und wenn du dich wehren von deinem Gebet, dann kannst du auch ein Finger werden. Komm schon, gib dir dich zu Rosaria aus der Kathedrie des Deep. Jetzt invaden und komm. Was die hier befreit haben, noch überhaupt nicht hier. Weil ich habe ja noch nicht alles abgeklappert. Könnte hier oben ja noch irgendwo rumstehen. Auf jeden Fall nicht auf dieser Seite. Wo ist sie denn? Ist nicht mehr da. Hat keiner, ist doch nicht mit zu uns hier hingekommen. Ne, ich sehe sie jetzt von irgendwo. Hm. 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 Ja, dann halt nicht. So, dann lass uns doch jetzt noch mal einmal hier hingehen. Ich will noch mal in dem Raum gucken, wo wir hingeportet wurden, wo wir die Schale bekommen haben, ob das da irgendwo gewesen ist, was die da hin soll. Hm. Das neue Schwert ist auch ein bisschen länger, ne? Was ich gerade richtig sehe. Das war noch auf den Schild, das ist ja wohl gelogen. Ich stecke fest. Alles was, erst mal du. war ich nicht. Oh, der hat noch was gedroppt, ne? Hey. Treten sollst du, Mann. Halt so. Oh, ich war mal nur in einem Glut gedroppt. Nice. Gedroppt. Stell das Bänken bei der Statue des enthaupteten Ritters ab. Oh. Und das konnte sie da nicht selber hinstellen. Was? Ist nicht mal irgendwas zum Interagieren gewesen, sondern ich bin da irgendwo hingelaufen. Das sieht aber jetzt gerade nicht sehr einladend aus. Oh, hi. Ich habe noch nichts hingestellt. Lass das. Du bist aber groß. Tänzerin des Nordmantals. Tänzerin des Nordmantals. Au. Okay. Einfach zerstört. Jetzt muss ich immer so, weil er muss ich immer wieder so die ganze Treppe hochlaufen. Ist ja furchtbar. Ach ja. Danke für die Erinnerung. Genau. Genau. Komm mal mit, damit wir gegen den anderen nicht gleichzeitig kämpfen müssen. So. Haben wir einen neuen Boss gefunden. Oh. Oh. going. Okay. And then we'll do that. we're going to walk us Oh, okay. Ah, ich bin tot, ne? Ja. Ohne eine Glut halte ich den Schaden nicht aus. Das hämmert doch ein bisschen rein. Ja, doch. Last aus. Du hast noch was? Sehr schön. Aber die Waffe kann ich nicht verzaubern. Ach, wegen dem Gift wahrscheinlich, ja klar. Ich will mal eben meine alte Waffe ausprobieren. Komm, ne Glut nehmen wir auch noch mit. Ja. Nein, bitte nicht angrabbeln. Nein, sie hat mich erwischt. Der Schaden ist halt eklig. Nein, 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 nein. Was machst du denn jetzt? Zweites Schwert, super. Spielst du erst mal Beyblade? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ah, nein. Na guck mal, muss ich gar nicht so oft wieder hochlaufen. Nice! Ich bin jetzt... Ich bin zweimal an ihr gestorben, ja. Das geht ja voll klar. Sehr schön. Ich glaube, ich will kein Gift auf der anderen Waffe haben. Die machen wir auch einfach scharf und dann laufen wir da mit rum. Habe ich mich jetzt zu entschieden. Oder umentschieden oder wie auch immer. Einmal scharf, bitte. Jetzt bräuchte ich noch einen Titanitbrock, damit ich die auch wieder upgraden könnte. Ist unser Dieb schon wieder da? Oder ist er noch gar nicht weg? Oh, hallo. Du bist auf eine gute Zeit gekommen. Er ist wieder da. Gucken wir doch mal, was hast du denn da schönes? Was ist das? Blitzuhren. Explodiert und führt Blitzschaden zu. Er hat vier Gluten mitgebracht. Ja, nice. Können wir ja schon mal einfach alle mitnehmen, da. Einen göttlichen Siegen. Hier ist auch neuer Kram dabei, oder? Sicher bin ich mir da nicht. Aber jetzt nichts, was ich bräuchte. Er hat neue Pfeile auch noch, ne? Große Pfeile. Uh. Machen zehn mehr Schaden und kosten das Fünffache. Yeah, nice. Könnte ich mir gerade so viel kaufen, wie möglich, ne? Aber ich bin hier noch nicht fertig. Oh, nee, eigentlich schon, ne? Also ich finde jetzt mal die neue Tante, die wir mitgebracht haben, noch. Okay. Nee, wir können jetzt mal noch angucken, was die neue Seele da an Gegenständen so bringen könnte, ne? Hast du noch was Neues zu sagen? Nö. Ich könnte mir die Seele auch erst mal so anschauen, ne? Hohepriester Sullivan schenkte ein zweischneidiges Schwert einer entfernten Tochter der offiziellen Königsfamilie. Er befahl ihr zunächst, als Tänzerin zu dienen und später als Vorreiterritterin, was einer Verbandengleich kam. Sehr gut. Also entweder eine Heilung, für die ich 45 Glaube brauche, also wahrscheinlich eher nicht. Oder Doppelmagie-Schwert der Tänzerin. Physisch Magie und Feuerschaden. Braucht neun Glaube, dass ich sie tragen könnte. Ist ansonsten eine Geschicklichkeitswaffe, hauptsächlich 20, brauche ich dafür. Das heißt, ich müsste erst mal einmal in Geschick leveln. Äh, nicht in Geschick, in Glaube leveln, dass ich die überhaupt vernünftig tragen könnte. Und dann würde ich sie wahrscheinlich trotzdem nicht benutzen, ne? Nee, da hole ich mir, glaube ich, lieber auch die Seelen raus. Haben wir nochmal 10.000 Seelen mehr? Ich wollte immer noch Intelligenz leveln, ne? Dass ich die schwere Magie-Waffe da ausrüsten kann. Nee, nee, stopp, Kush. Welches Level brauchte ich denn Intelligenz dafür noch? 16, ne? 15. Also nach dem Level jetzt gleich dann noch 2. Reicht du das jetzt schon? Nicht ganz. Oh mein Gott. Lass mich in die Ruhe. Ich will noch eine Seele benutzen. So. Dann mal dahin zurück. Jetzt darf ich das Becken da hinstellen. Wie soll ich denn sehen, dass der Ritter enthauptet ist, wenn der seinen Helm auf hat? Wenn der enthauptet wäre, würde das Schwert jetzt auch nichts machen. Weil der wäre dann kein Kopf mehr. Aber okay. Hinterfragen war das nicht. Ich habe jetzt gedacht, dass der auf dem Boden sah, so aus, ob da gleich so eine Treppe runter geht. Und nicht, dass da eine Leiter von oben runter kommt. Aber das geht natürlich auch. Irgendwie das Muster da unten auf dem Boden sah, so aus, ob die da einfach jetzt sich dann runterschieben könnten, ne? Ah, dann klettern wir halt. Hallo? Da liegt auch nur ein Item rum. Was klingelst du denn da jetzt rum? Du kannst ihn ja jetzt aber nicht buffen. Das ist nicht in Ordnung. Heilen kann er auch noch. Da ist ein Fahrstuhl. Hey. Der hat auch ganz schön viel Leben, ja. Irgendjemand hat hier zu viele Säulen gebaut. Au. Sag mal, jetzt auch mal wieder gut, Freundchen. Alter. Der ist stark. Der ist stark. Der hat mich ja richtig auseinandergenommen. Oh, ich hätte hier sogar noch andere Wege. Na, jetzt will ich aber ihn erstmal töten. Und das Item haben. Hm. Gott. Betreib halt. Na geht doch. Schlimm. Und da liegt da nur eine Seele rum. Wow. Also nicht raten, den Fachstuhl darf ich von der Seite hier eh nicht. Vorrichtung bewegt sich nicht. Du siehst doch auch nicht nett aus. Oh, der hält auch ein bisschen was aus. Hallo Becky. Schönen guten Abend. Da ist ja noch einer. Noch einer von denen, die mich gerade so auseinandergenommen haben. Oh, warum? Au. 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 Wenigstens ist der andere weggegangen, ne? Noch eine große Titanitscherbe. Sehr schön. Guck mal, da steht noch einer rum. Ich hab doch gehört, dass da eben jemand gezaubert hat. Noch ein Stück. Sehr schön. Sehr schön an mir vorbeigestochen. Nice. Noch eine große Titanitscherbe. Meinst du wohl, ich seh dich nicht, ha? Sagen, der Raum sieht jetzt nicht so einladend aus, aber dafür, da steht ein Bonfire rum. Äh, die Scherben sind dafür da, um meine Waffen aufzurüsten. Oder manche meiner Waffen. Oder Schilde. Für manche Waffen brauche ich auch andere Gegenstände irgendwann. Äh, für manche brauche ich teilweise dann welche von den Scherben. Ah, hier ist ja gar nichts. Na, ich bleib doch erstmal drin. Besonders da da jetzt ein Leuchtfeuer ist, was ich erstmal anzünden könnte, ne? Weil die Waffen, die ich jetzt gerade rumtrage, die mit der ich kämpfe und meine alte Waffe, für die brauche ich die großen Titanitscherben auch schon nicht mehr. Da brauche ich jetzt schon Titanitbrocken für. Zyper dich doch mal an. Setzen uns aber nicht hin, damit die Gegner noch nicht respawnen. Dann haben wir noch einen Weg. Nein, das ist wieder so ein Weg, wo ich dann nicht mehr zurückkomme. Also erstmal nicht. Oh, eine echte Kiste. Ich schlage sie trotzdem erst. Kapuze des Gebets, Robe und Rock des Gebets. Was auch immer da draußen ist, das Geräusch ist schon nicht sehr einladend. Okay, du siehst jetzt nicht so schlimm es, aber da fliegt irgendwas rum, ne? Ich habe einen Titanitbrocken gefunden. Au. Das war jetzt aber unfreundlich. Na komm, leg mal einen Zahn zu, bitte. Die sind aber sehr dünn. Ich will mal eben was ausprobieren. Wie viel heilst du denn, wenn ich töte? Wenn ich damit jemanden töte? Nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Guck mal, eben habe ich gesagt, ich will noch drin bleiben und jetzt bin ich doch draußen. Au. Brandbomben. Und noch ein Titanitbrocken. Uh. Wo kommt denn ihr jetzt her? Seid ihr da gerade hochgeklettert und ich habe das nicht gesehen. Oh, du lebst noch. Muss ja, wenn ihr von da unten gekommen seid. Oder ihr seid die Wand runtergesprungen. Hm. Oh. Wart ihr das? Habt ihr das Geräusch gemacht? Wenn ja, dann bitte lasst das. Oh, hi. Du bist aber groß. Der hat gerade ein Lichtstrahl aus dem Himmel gezaubert. Das ist aber nicht nett. Große Titanitscherbe. Ist hier noch jemand. Irgendwie erst mal gar nichts. Aha. Stulpen und alles zur Anrüstung von dem geflügelten Ritter. Sehr gut. Ein Heiligblütenschild. Einfach die Ausrüstung von dem Typen, den wir gerade getötet haben, ne? Nur seine Waffe nicht. Ich glaube, wir springen da mal nicht einfach runter. Das ist so. Ey. Oh, das sieht aber auch nicht sehr nett aus da. Wer wirft denn da die ganze Zeit auf mich? Hast du zweimal auf mich geworfen? Irgendwer wirft nach mir. Au. Nee, bitte nicht sterben. Oh mein Gott. Was haut der denn da mit seiner... Der da, was haut der denn so viel Schaden da gerade raus? Was soll das denn? Hi. Wir hauen mal die... Ach, da oben. Hast du's jetzt mal? Das, was der nach mir wirft, jetzt kann ich mich erstmal nicht mehr heilen. Na gut, dass er mich die ganze Zeit nicht getroffen hat. Weil er ist ja schon dreist. Wenn er mich während dem Kampf gerade getroffen hätte, wäre ich jetzt tot. Zwei Titanitbrocken. Uh. Meinst du etwa, ich seh dich nicht, ja? Oh. Hab niemanden gesehen, war nur Rüstung. Die da so rumlag, als ob das jemand ist. Da ist schon wieder ein Leuchtfeuer. Noch eine Glut. Und schon wieder zwei Wege. Der da lebt aber auf jeden Fall. Dann halt eben nicht. Irgendeiner von denen wird... Der lebt aber. Der hat leuchtende Augen. Und ich kann ihn anvisieren. Und der bewachten Item. Er ist ein Einzelne. Der ist ein Einzelne. Er ist ein Einzelne. Der ist ein Einzelne. so eine große Titanitscherbe was hast du denn schönes bewacht? eine Großlanze ist doch bestimmt eine Stärkewaffe, ne? oh ja, 21 Stärke bräuchte ich, um die überhaupt tragen zu können vernünftig diese Lanze mit langer Stange wurde früher von den Rittern zum Lanzenstechen eingesetzt sie wird zumeist für Stoßangriffe verwendet ein normaler Fußsoldat müsste dazu unfassbar viel Kraft und Geschick einsetzen hab ich nicht hab keine Kraft der Drache lebt, ja das ist ja unpraktisch hi hat mich gesehen oh da ist noch einer das ist ja unpraktisch ja, ich geh nochmal der Ort heißt auch Drachenhort ja dann ja dann ergibt das irgendwo Sinn, dass hier jetzt zwei Drachen sind oder es ist zumindest nicht überraschend sagen wir es so warte mal hab ich sie gefunden? deswegen finde ich nicht, du hast dich hier unten verbarrikadiert ich bin schon zweimal an ihr vorbeigelaufen bitte um Unterricht in dunkler Zauberei hm, du bist ein wickiger nicht, oder? nicht, sehr gut Menschen sind aus dem Dunkeln und du bist nicht anders einige können ihre Augen abbrechen aber die Wahrheit bleibt die Wahrheit bemerkbar wenig Menschen sind zu diesem Wissen lasst es ein Geheimnis zwischen dir und ich dunkle Zauber was kann sie denn? Verbundenheit erzeugt dunkle Manifestationen der Menschlichkeit und finstere Schneid schlägt mit einer aus dem Dunkel der Menschlichkeit geformten Klinge zu du bekommst der Zauber du bekommst der Zauber für Romanzie verlieren oh ein Pyromancy-Tome, haben wir? Quailana, Witch of Izalith well das ist eine faszinierende Pyromancy sehr gut wenn das dein Wissen ist ich werde das Ding das best ich kann besides it will be nice to play master for once oh another Pyromancy-Tome, haben wir? and one that resonates with the dark yes well suited to me I may be a heretical sorcerer but you bring me nothing but Pyromancies fiendish little lad, you alles geplant sowas haste denn hier schön feurige Peitsche fegt Feinde mit Feuerpeitsche beiseite den könnte ich sogar ausrüsten und benutzen uh Feuersturm errichtet in der Nähe mehrere Feuerpfeiler Feuer? Feuerpfeiler, so rum und Harmonie macht den Gegner vorübergehend zum Verbündeten wuuh wuuh weißt du was, komm hier nehmen wir mal mit und probieren wir mal aus ich wollte mir noch Feuer ich wollte mir noch bessere Pfeile kaufen oh hello fine work I say if the tales are true what do you think? die nochmal plündern ja 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 bla 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 ich will meine Pfeile haben dankeschön das kann ich zwar nicht mehr so viel kaufen dass ich alle hab aber hey oder dass ich halt voll gefüllt mit denen bin dann zeig doch mal die Feuerpeite ich brauch dafür einen anderen Gegenstand um den zaubern zu können verdammt das ist ja doof ich hab nichts womit ich Pyramantie zaubern kann oder wenn ich was habe womit ich Pyramantie zaubern könnte dann kann ich es nicht tragen oh warte den hier könnte ich tragen ne dafür hab ich jetzt schon genug Intelligenz hab ich damit warte erstmal hab ich den in den falschen Ort ausgerüstet stopp müsste wahrscheinlich was sein was ich was sowohl Intelligenz als auch Glaube braucht zum Tragen ne wie zum Beispiel der Isalith-Stab das Problem ist ich hab beides noch nicht genug mir fehlen Intelligenz und zwei Glaube das ist ja doof na Intelligenz wollte ich sowieso noch leveln ich hab grad nur noch fünf Seelen ich hab die grad alle ausgegeben was auch nicht so schlau war weil ich hab meine Waffe noch gar nicht geupgradet jetzt aber ich hab noch Seelen in meiner Tasche werden auch nicht für ein Level reichen aber hey jetzt brauch ich den noch einen Titanitbrocken mehr dann hätte ich noch ein Level machen können so das heißt da wo ich jetzt gerade rausgekommen bin in meinem Drahenhort möchte ich noch nicht hin genau das heißt wir gehen doch noch mal zurück hier hin da war ja da war ja jetzt auch noch ein anderer Weg eben hier lang war das ich hab noch 13 Heimatknochen kann ich mich auch jederzeit noch zurückporten falls ich zurück will achso das ist nur eine Abkürzung zurück also hier komme ich auch von dem anderen Leuchtfeuer aus hin nur dass ich dann keine Leiter klettern muss oder vom anderen muss ich eine Leiter klettern und hier ist erstmal eine Tür die ich von dieser Seite nicht öffnen kann das sind ja meine Lieblingstüren da schreit irgendwas du stehst doch zu seitlich dass ich mich anschleichen kann oder oh ich hab's doch noch geschafft weil er sich erstmal richtig hinstellen musste mein Kopf au dein Streitkolben tut ganz schön weh ey lass das ich hab einen Fahrstuhl gefunden sehr dreckigen Fahrstuhl hätte ich wieder zwischendurch aussteigen können oder das Vieh sieht ja jetzt nicht so sympathischer aus ich möchte mal eben einmal oh Gott der Boden ist giftig ew das macht's ja noch schlimmer Garten des verzerrten Königs ja das Vieh da unten ist definitiv nicht hübsch ne äste Scherbe nice und noch ein Titanitbrocken muss ich gegen das Vieh kämpfen ich will nicht also ich muss wahrscheinlich nicht ich kann auch gegen Streitkolbentypi kämpfen der sich gebufft hat ich bin das nicht ich bin die ich bin die die ich bin die Wenn du dein Schild nicht runternimmst, dann prügeln wir uns halt einfach da durch. Ach Gott, warum müssen davon so viele sein? Na, komm mal hier hoch. Ich möchte nicht da unten im Gift kämpfen. Ja, guck, du... Au. Der. Jetzt habe ich es wütend gemacht. Und noch ein zweites, glaube ich, auch gepullt, oder? Nee, doch nicht. Ach nee, da ist noch irgendein Schleimvieh. Irgendwas ekliges. Kannst du da bitte rauskommen? Nein, dann machen wir das halt so. Da ist noch eins. Ich habe eine Klaue gefunden und eine Rüstung und schwarze Feuerbomben. Ach nee, das ist auch noch starkes Gift, natürlich. Das Icon wird da falsch gesehen. Da ist nicht immer das schwache Gift, wo ich halb gegenheilen kann. Ach. Ja, ist jetzt nicht stark, ne? Eine Vorzug von Spionen in den östlichen Landen eingesetzte Waffe, die schlecht verheilende Schnittwunden zufügt. Wird diese Waffe zweihändig geführt, liegt in jeder Hand eine Klaue. Ich würde gerne das große Vieh abschießen. Kannst du meinen Kopf mal nicht so bewegen? Dann halt hier erst, mein Gott, wenn du immer wieder darauf zielen willst. Ich war das gar nicht. Das ist ja voll gelogen. Oh, es hat es doch geschafft, hier hinzukommen. Dass ich die Viecher jetzt mit Pfeilen töte, weil die mir so auf die Schnauze geben. Schlimm. Warum lebst du noch? Warum hat der letzte Fall da gerade nicht getroffen? Bitte nicht verwandeln. Dankeschön. Stimmt, da läuft noch eins davon rum, ne? War ich nicht. Genau, töte mal die kleinen Kriechwiecher für mich. Muss ich das nicht selber tun. Oh, er hängt fest. Das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch. Okay. Noch ein Ring der Opferung. Hatte ich schon mal drei. Wann habe ich alle verkauft? Immer dieses Saufwarten, dass halt dieses Gift wieder weggeht, ne? Furchtbar. Können wir in der Zeit den schon mal töten. Weil ich habe gerade nicht, keine Gegenstände mehr, um Gift ganz wegzuhalten. Ich weiß nicht, ob ich, solange es noch nicht voll ist, das mit den normalen Lila Moosklumpen wegheilen kann. Ich könnte es ja gleich mal ausprobieren. Ich könnte es ja gleich mal ausprobieren. Ich dachte, es ist wenigstens darf. Nein. Nicht mal das funktioniert. Das ist ja schade. Die bringen ja nur 80. Das heißt, ich habe gerade mehr Seelen auf den Geschossen, als ich zurückbekommen habe. Bist du tot oder? Noch nicht. Das hat meine Frage beantwortet. Er ist aufgestanden. Da liegt noch wieder ein Item rum. Na, das sollte genug. Ein dunkler Edel steunen. Was war das für ein Geräusch? Können wir nicht einfach Geräusche machen? Das wäre voll nett. Was haben wir denn hier? Noch ein Titanitbrocken. Uh. Es beschenkt mich das Spiel aber gerade voll damit. Oh. Und ich glaube, ich habe die Abkürzung zurückgefunden. Das wäre ja nice. Oder ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oh. Oh. Pfff. Welche von den Spaten? Was soll das denn? 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 Wird sich nicht geheilt. Na gut, dass ihr nicht viel könnt. Immer noch nicht. Hier könnt ihr alleine auch nix. Noch ein Titanitbrocken. Ach, hier bin ich. Das ist nicht ganz der Weg, den ich gedacht habe, wo ich rauskomme, aber das nehme ich auch. Das geht auch. Dann ist der andere Fahrstuhl, den ich gesehen habe, für noch später. Gehe ich einfach mal davon aus. Und ich darf wieder zwischendurch aussteigen. Oh ja. Ein Drachenschuppenring. Uh. Verringert von hinten erlittenen Schaden. Ja, warum auch nicht. Wenn ich da runtergehe, dann komme ich doch nicht mehr zurück, oder? Nicht, dass es hier, glaube ich, gerade einen Zurück gibt. Außer ich möchte da in das Loch fallen. Und das möchte ich, glaube ich, eher nicht. In bodenlose Löcher fallen, ist eher immer ungeil. Oh, hi. Wo zur Hölle bin ich denn jetzt schon wieder? Oh. Weil hier war ich definitiv auch noch wieder nicht, ne? Ja, komm mal her, dann kann ich auf dich drauf springen. Ne? Da steht halt noch einer rum. Hm. Soll ich hier runter springen, oder nicht? Ja, komm. Ach, hier bin ich. Oh ja, na guck mal, das geht doch. Das geht doch voll klar. Ah, dich hatte ich gerade schon getötet. Dich hatte ich gerade schon angegriffen. Komm mal wieder hier. Halb umgeworfen. Halb umgeworfen. Au. Au. Oh nein. Okay, ich habe es noch überlebt. Kathedralenritter Stulpen und eine große Titanice. Ach, ist das hier unten nur Wasser? Das ist ja praktisch. Ich habe gedacht, das wäre auch wieder Giftgrütze. Und der andere ist trotzdem noch nicht gekommen. Das ist ja nett. Nein. 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 Lass uns. Oh, irgendeinen Ring habe ich bekommen, der sich automatisch aufgehoben hat. Erhöht die Dunkelschadensminderung. Ja, okay. Oh nein. Ich gehe nochmal. Ich glaube, ich möchte nochmal meine Waffe aufwerten. Aufrüsten. Verbessern, wie auch immer. Und dann erst gucken, was dahinter ist. Weil das klang jetzt nicht sehr einladend. So überhaupt nicht. Da müsste ich die Ritter aber nochmal töten. Die muss ich jedes Mal töten, wenn ich da hin will. Das ist ja ungeil. Das finde ich doch sehr unsympathisch. Ja, bevor wir uns den Boss anschauen, wird sich eine Pause gerade auch anbieten, oder? Ja, und die ganzen Spaten muss ich auf dem Weg hierhin ja auch noch wieder töten, ne? Wobei, die gehen ja noch besonders von der anderen Seite, sollte das noch besser gehen. So, dann bitte einmal zurück. Eine Estus-Scherbe hatte ich auch noch gefunden. Ah, vielleicht machen wir doch mal ein Asche-Estus. Wenn ich unterwegs bin, benutze ich die Zauberwaffe ja doch mal öfter, ne? Ich brauche nochmal, jetzt brauche ich nochmal drei Titanitbrocken fürs nächste Level. Oh, unser Dieb ist noch nicht wieder da. Das ist ja schade. Reicht das? Ah, vielleicht nicht. Nope, nicht ganz. Bla, 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 bla. Dann will ich noch mehr Intelligenz, ne? Immer noch. Oh, dann können wir jetzt dahin zurückgehen. Aber wir gehen von dem anderen Leuchtfeuer dahin. Dann müssen wir die Leiter nicht wieder hochklettern. Und dann machen wir jetzt, glaube ich, wirklich. Ja, weiß ich ja schon. Machen wir Pause, bevor wir uns den Boss anschauen gehen. Bietet sich, glaube ich, ganz gut an. Ja. Dann. Können wir uns mal alle eben die Beine vertreten gehen. Neues Trinken holen, wenn wir was brauchen. Oder wer es braucht. Sonst was tun. Und dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. Also, bis gleich. Und da bin ich wieder. Willkommen zurück euch allen. Dann finden wir doch mal raus, was da für ein Boss rumsteht. Hinter der Wand da, ne? Der da schon so am rumschreien ist oder was auch immer. Gucken wir mal, ne? Ah. Ah. Kann ja nur schlimm werden. Hallo, Alex. Schönen guten Abend. Ja, ihr seid jetzt wirklich einfach wieder hier, ne? Au. Lass da doch mal. Ich würde sagen, wo kam der zweite nochmal runter? Genau hinter mir. Genau hinter mir. Der Weg zu dem Boss ist echt weit, ne? Habe ich schon fast das Gefühl, ich habe irgendwo ein Leuchtfeuer verpasst. Besonders war ich da jetzt. Wobei, an den zwei dicken Gegnern müsste ich jetzt gleich trotzdem immer noch vorbei. So geht's hier raus. Da ist der Ausgang. Ich habe da noch ein Item vergessen. Menschliches Haar. Ich muss niesen. Oder auch nicht. Ugh. Nase kribbeln wir da nur. Ugh. Ist ja furchtbar. Musst du da gerade zu der Treppe hinlaufen? Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ihr seid ja noch schlimmer als die da drin. Geh mal wieder weg. Ich bin gar nicht da. Das Schwert ist auch nur Einbildung. Der kommt immer noch weiter auf mich zu. Oh, ne. Warum? Kusch? Das nächste Mal laufe ich ja einfach. Da läuft halt noch einer rum, ne? In der Nähe von der Treppe. Das heißt, ich habe jetzt gerade keine Lust mehr zu warten. Ne, ich das halt... Okay, jetzt so wie sie jetzt gerade gelaufen sind, war das jetzt auch unnötig. Oh, ich könnte hier jemanden rufen. Das war das Geräusch eben. Nur mir ist das Symbol nicht aufgefallen. An dem Ritter kann ich mich aber leider auch nicht vorbeiquetschen. Das wird nix. Langsam. Schon mal einmal so machen können. Das ging voll gut. Kathedralen, Ritterhelm und noch eine große Titanitscherbe. Au. Au, habe ich gesagt. Mein Kopf. Okay, er ist tot. Ich wollte sagen, hatte der Lebensbalken noch ein kleines bisschen was? Nope, hatte er nicht. Dann gucken wir doch mal, wer dahinter ist, ne? Oh. Sieht schon mal nicht sehr freundlich aus. Ah, you ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Seated? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons. Well, I will not give him up. For he is all that I have. Oh. Sirius, der verzerrte König. Outsch. Ouch. Ouch. Ah, dear little Orselot, where have you gone? Are you hiding from me? Come out, come out, don't be afraid. You were born a child of dragons. What could you possibly fear? Now, now, show yourself, Orselot. My dear little... Orselot! Orselot! Der lasert gerade rum, ne? Oh, my dear little... Bleib hier, du bist doch schon tot, man. easy so viel zu spross des Drachen und voll stark und so es war wieder ein großer Boss mit langem Körper das war kuscheln wieder eine sehr gute Möglichkeit ihn einfach zu töten aber er war wenigstens mal so schlau und hat immer bei den Schlägen immer versucht direkt zurück zu springen ich bin nur mit ihm einfach mitgelaufen Oserius verlor den Verstand als er versuchte sein königliches Blut für einen höheren Zweck zu nutzen dies führte ihn zu den Ketzern des großen Archivs wo er den kranken Glauben von Seath den Bleichdrachen entdeckte jetzt ist er tot ja ne viel Nahkampfkram konnte der jetzt nicht und wenn dann war ich ihm trotzdem zu nah hey Lutlath ich hab ne neue Seele zeig mal was ich dafür haben kann entweder nen Zauber wo ich 50 Intelligenz für brauche oder ein Schwert wofür ich 26 Intelligenz brauche um das tragen zu können vernünftig ja ich glaub das wird beides nicht passieren 50 dann nehmen wir die Seele doch einfach so wieder zu uns ist unser Lieb wieder da ne ist ja gestorben hätte ich ihm doch eben besser zuhören sollen als ich ihn vielleicht nicht hätte weggeschickt wo auch immer er klauen gehen wollte das wär aber doof weil die neuen Pfeile kann ich mir bei ihr ja nicht kaufen da ne das ist ja unpraktisch muss ich wieder mit so schwächeren Pfeilen rum urstüllen haben wir schon mal die Intelligenz für die stärkere Magie Waffe oh kostet auch mehr FP ja das Gefühl mein Schwert ist noch größer als eben schon noch andere Seelen in meiner Tasche ne dann erstmal wieder los ja ne den Boss den hab ich ja jetzt umgeknüppelt da hätte ich da hätte ich nicht nochmal extra zurück gehen müssen ne das war ja jetzt doch unnötig bei dem Geschrei was ich vorher schon gehört habe dachte ich der wird ein bisschen schwieriger ihr steht doch auf dann halt nicht oh 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 da ist aber ein langer Hals da liegt ein Item rum Fahrt des Drachen ist nicht mein Item das ist nur ne Geste lass mich raten die muss ich hier benutzen ne erstmal steht hier noch ne echte Kiste noch ne Titanitschuppe aha oder wir hauen einfach die Wand da unten ist ein Leuchtfeuer unbehütete Gräber dafür hab ich einen Erfolg bekommen warum ein Beichtstein ich mag den Ort nicht er ist dunkel und groß meine Fackel bringt hier aber trotzdem nix irgendwas kommt hier doch gleich noch angesprungen irgendwann ich meinte was Größeres oh nein ich bin eingeklemmt das war knapp schlag doch die Hunde man ich hab von was Größerem geredet Leute hört mir doch mal zu jetzt wurde ich von zwei Hunden und dann von dem angesprungen und von dem what the fuck ich hätte das nicht sagen sollen von wegen angesprungen werden ey aber Feuer spucken kann er auch noch noch einer oder haben wir mich jetzt fertig angesprungen ich glaub wir haben mich erstmal fertig angesprungen das ist ja wohl nicht wahr sind noch mehr Hunde reicht vielleicht ein Pfeil für euch nein ein Zitanitbrocken ein Zitanitbrocken ich hab doch was gehört es ist viel zu groß und hat viel zu viele Richtungen die ich gehen könnte noch ein Zitanitbrocken dann lass mich erst hier lang gehen oh mehrere Leuchteviecher also nur die Viecher okay sehr schön ja du hast mich hier schon gesehen jetzt hab ich seine Rolle mit meinem Pfeil abgebrochen au 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 das ist okay du bist jetzt tot aus welcher Richtung kam ich ich kam von hier oder ja na hier ist auch sonst nichts mehr so wie es aussieht dann gehen wir mal hier lang weiter ein dunkles Loch ein dunkles Loch und dann werde ich noch invaded auch das noch nein ich hab meine Waffe gewechselt das war dumm hör auf zu zaubern der Geist konnte nichts oh hi oh hi ist auch wo ich dann hier rausgekommen bin die Gegner zwar natürlich nicht ah doch dann kann ich hier runterspringen dann liegt okay diesmal liegt das Item dahinter und nicht auf dem Grab auf dem auf dem Sarkophag Ding ne die Gegner sind im Tutorialgebiet genauso ne oder zumindest ähnlich natürlich sind die hier stärker aber ja doch und es ist natürlich am Anfang im Tutorial heller das ist ja fancy bye oder halt Anfangsgebiet nicht Tutorialgebiet wie auch immer Nachrichten auf dem Boden die mehr sagen wie man das Spiel spielt also schon Tutorialgebiet und ich glaube da ist dann gleich auch schon wieder ein Boss drin da draußen ist nämlich so ein Rufsymbol wo ich mir Hilfe hole verborgene Segnung hi hier mit euren dämlichen Armbrüsten ey da ist noch einer mit ner Armbrüste oh da du heilst dich erstmal das finde ich aber nicht so gut muss ich das Schwert auch erst wieder rausziehen oh ne diesmal ist er aber ein Meister oh oh Oww 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 Die Heilung war noch unnötig Oww Voll die Kombo ey Nochmal Oww 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 Dann stehe ich halt nicht wieder auf Oww Oww Der haut ordentlich jetzt zu. Ja doch. Es tut ganz schön weh. Oh. Das ist aber auch definitiv neu. Ow. Na kein Gift auf mich. Dankeschön. Auf was habt ihr denn hier aufgepasst? Auf einen Estus Aschering. Lass mich raten. Der ist derselbe wie der Estus Ring. Nur für den Ascheflakor. Genau. Könnte ich mehr Mana mit regenerieren, wenn ich davon eintrinke. Okay. Und jetzt mach weg. Oh Gott. Oh. 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 Deren Bewegung ist auch weird teilweise da. Tanzen viel zu viel rum. Böser Hund. Aber noch ein Unterschied zum Anfangsgebiet ist hier, ist normalerweise auch noch ein Leuchtfeuer, ne? Und das fehlt hier. Leider. Bin schon wieder an einem Gegner vorbeigelaufen. Ach ja, dich habe ich vergessen, verdammt. Das war ein bisschen zu hoch. Der zweite Fein hat nicht genug Schaden gemacht. So hat mein vierter Schlag nicht getroffen. Au, au, au. Sag mal, jetzt auch wieder gut. Du hast dich wieder geheilt. Dann steche ich dich trotzdem einfach tot. Brauche ich dich in dem Kampf? Langsam heilen. Wie viel mehr Leben gibt mir der eigentlich? Äh, knapp 100, ne? Ich glaube, das macht in dem Kampf jetzt auch nicht so einen großen Unterschied. Könnte ich eher den Ring tragen, dass meine Zauberwaffe entweder stärker ist oder länger hält. Aber du hast dir aber auch Zeit gelassen, dich anzuschleichen, ne? Ich glaube, machen wir den, dass das Zauberschwert einfach länger hält, ne? Okay. 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 Du bist zu beweglich geworden, Mann. Du bist zu beweglich geworden, Mann. Du bist zu beweglich geworden, Mann. Das war ein schneller Schlag. Sag mal. Ich möchte mich gerade heilen, Mann. Er hat zweimal angreifen, das ist keine gute Idee. Ich möchte mich gerade heilen, Mann. Let's check mal. Fuck. Ow. 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 Das war... Ich hab mich nicht mal geheilt. Oh, ich lebe noch. Dieser Satzschwung ist so langsam von ihm. Ist ja wohl nicht wahr, dass ich da immer so einen langen Weg zu ihm zurück habe. Das ist furchtbar. Hi, Cat. Schönen guten Abend. Ach, hier bin ich auch das letzte Mal langgegangen, da. Du standst hier aber eben nicht rum. Es ist zu doll. Hey, du hast mich nicht gesehen. Weißt du, kaum finden wir wieder einen Boss, der nicht riesig groß ist, hält er uns direkt wieder länger auf. Schräglich. Das sind Riesenbosse, die was weiß ich wie groß sind. Kein Problem. So einer, der nicht mal doppelt so groß ist wie ich. Direkt ein Problem. Diesmal hab ich dich nicht vergessen. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Nee, das ist ja Quatsch. Ich hab doch voll an deinem Schild vorbeigeschossen. Hab ich doch gesehen. Du Lügner. Da wollte er sich grad auch nochmal heilen, nachdem ich dann endlich runtergekommen bin. Dann versuchen wir das doch nochmal. Mal. Ich hab grad noch gedacht, der Anfang fängt jetzt doch schon mal besser an. Los. Ouch. Also das war jetzt auch unfair. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott. Zu weit weg. Gut, dass ich zu weit weg war. Mein Schwert ist schon wieder nicht mehr lang genug und dabei ist es schon länger. Nicht krabbeln, dankeschön. Au. Oh, ich dachte es rützt. Zu früh. Das war dumm. Oh Gott, ja. Okay, der hat aber weniger wehgetan als gedacht. Okay, lass mich nochmal weg. Yes. Nice. Hey, Zylo, schönen guten Abend und danke für den Raids. Einen wunderschönen guten Abend durch allen zusammen. Da ist er tot. Sehr gut. Wie viele waren es jetzt? Vier oder fünf Versuche? Ah, es geht ja noch. Hätte schlimmer sein können. Mit dem Weg, den ich immer zu ihm hinlaufen muss. Seele des Meisters Gundy. Ein Meister kam einst spät zu den Feierlichkeiten. Er fand ein Schrein ohne Feuer vor und eine Glocke, die nicht läuten wollte. Ja, ich habe ein neues Schwert gefunden. Und das ist Upgrade ein ganz kleines bisschen besser als das vorige, was ich hatte. Deswegen. Und es ist länger. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Die Teleportpunkte von dem Gebiet sind sogar hier ganz am Anfang einsortiert. Das ist ja süß. Ich glaube, das ist jetzt gerade auch das erste Mal, dass ich eine sechsstellige Anzahl an Seelen dabei habe. So, aber jetzt bräuchte ich Titanit-Schollen, um das Schwert noch besser zu machen. Uh. Ist unser Dieb eigentlich wieder da? Nee, ich glaube, der ist jetzt wirklich tot. So. Zwei Punkte in Glaube, bitte. Dann kann ich nämlich jetzt das Stäbchen tragen. Damit kann ich sowohl das zaubern, das doch nicht. Fuck. Warum? Das ist ja uncool. Hast du irgendwas, was ich mir kaufen kann, damit ich Pyromantin zaubern kann? Habe ich, glaube ich, noch gar nicht geguckt? Nee. Kann ich nur Zauber erlernen. There is one thing. There is a darkness. Do stay safe. Habe ich mir gedacht, ich kann den, das Stäbchen benutzen, weil das halt... Nee, das ist nicht das Richtige. Den hier wollte ich ausrüsten. Geh trotzdem nicht. Warum? Aber ich will eine Feuerpeitsche machen. Oder ist das, weil ich das in der linken Hand habe? Und du magst das da nicht zaubern? Nee. Naja, kann ich jetzt halt einen besseren Stab tragen, aber trotzdem kein Feuerzauber zaubern. Da kommt erstmal wieder mein Schwert. Damit nicht, ne? Nope. Starb des Ketzers. Nope. Das ist ja schade. Dann halt keine Feuerzauber für mich. Habe ja schon verstanden. Na, wie ist das? Du hast Shiny-Kram gemacht, nicht wahr, Zylo? Oder hast du noch anderen Kram gemacht? Ich habe vorhin nur mal kurz reingeguckt. Wo ich selber angefangen habe. Hat sich die Einstellung von Shinies interessieren dich nicht zu, du gehst jetzt Shiny-Hand im Stream, aber schnell geändert? Aha. So. Was ist denn das? Kette des Gefangenen erhöht LK? Was auch immer das ist. Eine Kondition, Vitalität. Und erhöht den erlittenen Schaden. Was ist LK? Weiß ich nicht. Lesen wir nochmal. Ein Stück einer Stahlkette, mit der der Riese Gündir gefesselt war. Er steigert Lebenskraft, Kondi... Lebenskraft... Ah. Warum denn nicht Trefferpunkte? Lebenskraft, Kondition und Vitalität erhöht aber den erlittenen Schaden. Ein Gefangener ist der, der für den Glauben an etwas anderes riskiert hat. Dies ist sicher eine Schwäche, die man dem Größten aller Helden nachsagen kann. Nee, brauche ich nicht. Und Gundis helle Bade brauche ich auch nicht. Die kann ich nicht tragen. Kannst ruhig zugeben, dass du Bock auf Shiny-Handen hast, Tilo. Brauchst doch keine Ausrede für. 20.000. Nice. Warum habe ich den Stab jetzt in der Hand? Der gehört da aber nicht hin. Gut, dass mir das jetzt noch aufgefallen ist. Komm, hier einmal Vitalität. Kann ich meinen TP-Ring auch noch wieder anziehen? Weil das hat ja jetzt nicht viel länger gehalten. Warum bin ich zu ihm gelaufen? Hey, ich wollte mein Zauberstöckchen verstärken, aber das darf ich hier anscheinend nicht. Ich könnte dich noch mal einleveln. Ich benutze dich zwar nicht wirklich, aber Titanit-Schuppen brauche ich für was anderes auch nicht. Ja, für meinen Bogen brauche ich auch noch Titanit-Brocken, um den zu verbessern, ne? Ach, hier sind die Stäbchen. Funkel-Titanit. Na. Mir fehlt noch Lothric. Die anderen drei habe ich. Aber ja, ein Ludless sitzt da halt rum, ne? Der ist gar... Ich habe... Der ist irgendwann wieder aufgetaucht. Ludless ist voll okay. Der tauscht mir die ganzen Seelen gegen Items um, wenn ich das möchte. Warte, da hinten lag noch ein Item rum. Nicht vergessen, das habe ich hier während dem Bosskampf mehrmals gesehen. Das möchte ich noch mitnehmen. Das ist doch auch eine Stärkewaffe, ne? Wo ist sie denn? Ich bin mal wieder blind da unten. Ja, 28. Habe ich nicht. Ich habe 18. Diese Gläwe nutzen die schwarzen Ritter im Kampf gegen die Dämonen des Chaos. Ihr Angriff verringert deutlich die Balance, was erklärt, wie die furchtlosen Ritter so große Gegner besiegen konnten. Naja, Ludless ist auch ein Aschefürst, nur der sitzt da halt bei uns rum. Also ich meinte das jetzt gerade auch schon wieder. Gib mir einen riesigen Boss und ich haue den in ein paar Versuchen um. Gib mir einen kleinen Boss und die hauen mich bestimmt. Mindestens ein paar Mal um, bevor ich die besiege. Ich hatte heute auch schon wieder einen großen Boss. Bei dem bin ich wieder auf Kuschelkurs gegangen und habe den einfach niedergeknüppelt. Hier laufen schwarze Ritter rum. Lass das mal. Au. 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 Bin ich gerade zu schwer? Habe ich gerade eine Fettroll gemacht? Oh ja. Oh, guck mal, hier steht verkehrt rum. Ja, oder der Griff halt nur ganz wenig Schaden macht oder sowas, ne? Ist immer ganz praktisch. Also eigentlich wollte ich dich abstechen. Das war nicht gestochen. Sind hier noch mehr? Guck mal, da bin ich gleich wieder in dem Ort, wo ich bin, nur in Dunkelheit. Wo ich mich zurückporten kann, da. Da liegt noch ein Item rum. Oh, hi. Ich wollte sagen, da steht doch bestimmt irgendwo noch einer und soll mir auf die Nüsse gehen. Mal einmal schön das Item da zum Baiten benutzen, damit der mir dann von hinten in den Rücken schlägt oder so. Nicht mit mir. Zumindest dieses Mal nicht. Ja, das war ja genau hier, da. Und die Tür kann, darf ich hier nicht öffnen. Dann war da, da lag irgendein, da lag irgendein Kram dran. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, was da in der Tür drin war, in dem normalen Gebiet. Uh. Wenn ich die upgrade, könnte die wieder ein kleines, einen kleinen Ticken besser sein, als mein, mein scharfes Nodachi, ne? Oh, aber das habe ich doch gerade erst so weit aufgegradet. Upgradet. Ja, irgendwie bin ich hier gelandet. Hier ist wie das Anfangsgebiet halt nur in Dunkel. Deswegen müssen wir gleich mal rausfinden, was da in dem Gebäude jetzt drin ist. Und der Boss hier, gegen den wir gerade gekämpft haben, ist sogar fast der gleiche. Nur vorher war es kein Meister, sondern hieß irgendwie anders. Oh, guck mal. Er bewacht ein Item. Hi, hi, hi. Scheiße, ne? Scheiße, ne? Scheiße, ne? Okay, das sage ich jetzt nicht nochmal so oft, bis er tot ist. Er hebt halt nicht mal seinen Schildbruch. Hahaha. Ein Hornissenring. Verstärkt kritische Angriffe. Jetzt wäre ich fast da die Kante runtergelaufen. Aber nur fast. So, hallo? Jemand zu Hause? Da liegt ein Item rum. Fragment des gewundenen Schwertes. Da ist aber kein Item so zum Tragen. Wo ist es denn? Ich habe den Abfall auch immer noch dabei. Ich habe den nie verkauft. Ohohoho. Ich bin blind. Ich habe das Icon von dem Item gerade noch gesehen, aber ich sehe es nirgendwo. Ach, da ist es. Zum Leuchtfeuer oder Schrein der letzten Rast zurückkehren. Oh. Ein Fragment des gewundenen Schwertes, das beim Leuchtfeuer war. Der Zweck ist längst in Vergessenheit geraten. Kehrt zum letzten zur Rast genutzten Leuchtfeuer oder zum Schrein Leuchtfeuer zurück. Kann wiederholt genutzt werden. Leuchtfeuer sind miteinander unabhängig verbunden. Die Verbundenheit besteht lange nachdem ihr Zweck erloschen ist. Na, das ist ja praktisch. Das ist also ein Heimatknochen nur für immer. Scheint ein bisschen... ...als ob ich was Besseres hätte bekommen sollen. Asche einer Hülle. Mehr Kram für meinen Händler. Warum bin ich eigentlich mit der Fackel schon wieder zu schwer? Ist doch albern. Aber ich will mal ein bisschen mehr Licht haben. Ein Schmiedehammer. Nein, den Schmieden des Schreins überreicht der Metallhammer. Er kann als Schlagwürfe benutzt werden, um die Balance des Gegners zu verringern und um Schilde zu durchbrechen. Sein wahres Potenzial entfaltet sich natürlich erst in den Händen eines Schmieds. Natürlich. Bin ich nicht. Bin kein Schmied. Mit dem Item, was ich da gerade in der Mitte gefunden habe, da werde ich aber bestimmt noch was anderes machen können. Augen der Feuerhüterin. Enthüllt der blinden Feuerhüterin das Grauen. Ist halt genau an der Position, wo unsere blinde Feuerhüterin ist. Oder die, die mal eine Feuerhüterin werden wollte. Liegen einfach die Augen da rum. Wow. Der Text ist immer noch der gleiche. Lukas, der Verbannte. Der letzte König Lothric, letzte Hoffnung seiner Linie. Der Wächter des Abgrunds. Und Jorm, der Riese aus der gottlosen Hauptstadt. Das heißt, das war es hier jetzt erst mal. Ne, warte, ich habe ja oben noch Wege. Weil hier ist kein Weg. Das ist nicht die richtige Treppe. Die Treppe will ich erst hoch. Hier ist immer noch nichts. Wobei, ist hier vielleicht hinter der Wand was? Nein. Die geheime Wand da unten habe ich übrigens auch nur instant gefunden, weil die so komisch geleuchtet hat, als ich mit meiner Fackel nahe kam. Hätte wahrscheinlich später auch noch draufgekommen, dass da was hinter sein müsste, weil da ja unsere blinde Feuerhüterin rumsteht. Aber, dass die so komisch geleuchtet hat, hat auch geholfen. Da war gerade irgendwas. Riesenbaum-Samen. Oh, den können wir bei uns in den Riesenbaum reinpacken, ne? Ne, warte, das müsste hier irgendwo sein. Gegner reagieren auf Eindringlinge anderer Welten. Lässt Feinde auf Eindringlinge reagieren. Also, ist mir das egal. Können wir gleich doch nicht mit unserem Baum was machen. Ist das hier dann so gesehen die Zukunft? Die Leute hier sind alle tot. Der Baum hat seinen Samen. Ist aber eine sehr düstere Zukunft. Magst du den Hammer haben? Den ich gefunden hab. Oder hast du wahrscheinlich den Hammer, den du jetzt gerade hältst, ne? So. Ah, guck mal. Die Chaos-Klinge braucht Funkeltitanit zum Aufwerten. Das heißt, ich kann die auch gar nicht durchwirken, ne? Aber das ist ja schade. Hm. Wie ich die aufwerten? Ich hab halt nur noch sieben. Na, wir lassen's erst mal. Hab ich noch ne S zu scherben? Nein. Für dich hab ich noch Asche. Was verkaufst du denn jetzt so Schönes noch Neues? Ich glaube, die sind neu. Die giftigen Wurfmesser und die Läuterungssteine. Schon mal. Dann mehr Rüstung, ne? Als ob ich da noch wüsste, was ich alles schon mal gesehen hab und was nicht. Du bist nur für Wunder, ne? Ja. Du auch. Hm. Ich will irgendwas haben, womit ich Feuer zaubern kann. Ich bin schon wieder zu schwer immer noch. Stimmt. Die Fackel. Ja, du liegst da immer noch rum. Hat sich immer noch nicht geändert, ne? Wie gesagt, wird sich der wahrscheinlich nicht mehr ändern, aber man kann ja mal zumindest gucken, da. Ich kann grad nach Gegnern. Ah. Kannst du mir nicht mal einen schönen Stab oder so verkaufen? Oder so einen Handschuh, mit dem ich Feuer zaubern darf? Ist doch voll doof. Hier, ich hab deine Augen gefunden. Darf ich nicht. Darf ihr ihre Augen nicht geben? Dann halt nicht. Ah, guck mal. Ihr geb ich die Augen. Oh, das sind... Ja, das sind Augen. Oh, die Musik wäre anders. Und jetzt ist sie weg. Oh, da ist sie wieder. Meine Dank für die Augen, die du hast gegeben. Aber Feuer-Kieper sind nicht geplant, Augen zu haben. Es ist verabschiedet. Diese werden durch ein Sliver of Light schreitvolle Bilder von Betracht. Eine Welt ohne Feuer. Aschen One, ist das wirklich dein Wunsch? Eine Welt ohne Flamme wäre ja doch schon eher weniger geil, ne? Noch nicht. Ich kann dich doch nicht einfach töten. Das habe ich dir die Augen gegeben und jetzt soll ich sie töten. Aber besser ist das nicht, dass sie zur Finsternis hingezogen wird, ne? Hey, ich habe die Augen wieder. Yay. Also auch wenn ich mich hinsetze, ist sie gleich einfach wieder da. Nee, ist sie nicht. Das ist ja doof. Komm, wir haben hier unten doch Ersatzsitzen. Klar, weil du sagst nichts Neues. Eine Feuerhüterin, die zur Finsternis hingezogen wird, klang jetzt halt nicht nach einer guten Alternative da. Deswegen habe ich sie jetzt getötet. Weil sie das gesagt hat. Dann dir noch einen schönen Abend, Cat. Und bis dann. Vielleicht ist da ja jetzt noch irgendwas Neues. Wahrscheinlich nicht, aber... Ich kann ja mal gucken. Ich fiel nicht noch einer rum. Das mit dem am Anfang reinstechen, funktioniert auch irgendwie nicht oft genug, ne? Au. Stech doch mal zu, Mann. Ich fiel doch nur noch mal hier rein. Jemand Neues hier? Hallo? Hallo? Ich hab sie eben gar nicht gesehen. Ich fiel doch mal hier. Wie, das nehmen wir schon mal mit? Was hast denn du hier? Wolfritterhelme oder die ganze Rüstung und Ring des Gebets erhöht Glaube. Ich kann mir nicht alles mitnehmen. Das ist ja schade. Du kommst aber einfach mal mit. Wäre hier schon fast neugierig zu sehen, was passiert, wenn ich sie hier töte. Ob unsere bei uns dann immer noch da ist. Ich habe die Wurfmesser doch mal entrüstet. Ent ausgerüstet, entrüstet die auch immer. Na, lass uns mal wieder zurück. Ach guck mal, sie ist wieder da. Können die die Augen einfach noch mal geben. Sehr gut. Ah, Ashen 1. So. Ich habe gehört, wir spielen jetzt Drachentöter. Oder so. Ja, ich bin da jetzt aber noch nicht neugierig genug für, um mir die Augen zu geben. Ja, wäre ich eher neugierig, was passiert, wenn ich ihr die Augen gebe und sage, ich will ein Land ohne Feuer haben. Das würde ich eher tun. In welche Richtung gehe ich hier nochmal? Das geht ja... Ich hatte doch gerade die Auswahlmöglichkeit der Zeilung. Werde ich die Auswahl wahrscheinlich nochmal haben. Gehe ich mal davon aus. So, ihr Drachis. Geh doch mal weg. Na, das hatte ich ja jetzt nicht so gejuckt, glaube ich. Und dich? Ich bin einfach noch zu weit weg, oder? Gesundheit. Ich wollte doch sagen, einer von euch hatte doch weiter hier rüber gefeuert, oder nicht? Oh, ich hab ja ein paar Pfeile dabei, ne? Weil der hält sehr, ich glaube, da reichen 100 Pfeile nicht für beide. Jetzt sind sie wütend. Wie sieht das eigentlich mit dir aus? Stirbst du schneller? Nee. Weil ich hab doch noch so'n Gegenstand, dass ich Drache werden kann. Ich kann den gar nicht benutzen. Warum nicht? Habe ich ein Gegenstand, mit dem ich den Drachenkörper erlangen könnte, aber ich darf ihn nicht benutzen? Darf ich den nicht benutzen, weil die Drachen mich gerade noch sehen, oder was? Da oben würde ich auch noch gerne hin. Da liegt noch ein Item rum. Habe ich da von der anderen Seite hin? Mir ist das eben noch nicht aufgefallen, als ich schon mal hier war. Warum gehe ich dich eigentlich noch mal töten? Einfach, weil ich's kann. Weil du mir 4000 Seelen gibst. Ja, was mache ich jetzt mal mit euch beiden? Warte, ich hab'n Plan. Ich werd' einfach zu nem Kerzenständer. Ich glaub', das interessiert die nicht. Au. Ich hätt' sie nicht wütend machen sollen, glaub' ich. Ich setz' mich mal noch mal hin. Und dann renn' ich ganz schnell. Und dann verliere ich 28.000 Seelen. Girolimo! Ach, hier ist ja noch Weg. Oh, das ist ja praktisch. Untotenknochensplitter. Nice. Danke, Drachis. Da ist sie mich hier runtergeworfen. Das ist ja praktisch. Ich hab' auch nie da mal dran gedacht, die Brücke runterzugucken, ne? Oh. Der sieht aber nicht so freundlich aus. Was ist mit da eins von den Viechern? Ach. Nein, nicht zu dem Schreien. Ach. Ich wollt' schon da bleiben. Aber hey, dann weiß ich jetzt, wo ich hinmöchte. Ich muss aber mal eben aufhören, ne? Ach. Ach, du hast dich erst verwandelt, seitdem ich da unten war, ja? Dann verwandel dich doch mal nicht. Und du verwandelst dich auch nicht. Bin auch ein Titanitbrocken. Aber ich brauch' irgendwas anderes. Da ist schon wieder einer mit ner Armbrust. Oh. Hellebade ist das Wort, was mir eben nicht eingefallen ist. Die mit der Hellebade machen so viel Schaden. Nein, ich wollt' nicht mit hier runter. Fuck. Oh mein Gott. Lass das. Also, eigentlich wollt' ich da oben bleiben. Na, gucken wir jetzt doch erst hier rein. Ich hör' so'n Glitzergeber. Blitzurnen. Nein, er ist weggelaufen. Oh, er läuft noch. Sehr gut. Gut, dass der Käfer stumpf erst mal ein paar Sekunden in die Wand gelaufen ist. Konnt' ich ihn mir doch noch holen. Oh, hi. Wo kommst du denn hier? Ist du da irgendwo runtergesprungen? Das ist aber nicht nett. Voll die Überraschungsangriffe hier. Sag mal, ich hab' ja wohl schneller geschlagen. Was soll das denn? Oh, ne große Seele. Oh, noch einer von euch. Hi. Bayblades. Bayblades. Nochmal. Lass das nochmal. Wie hab' ich dir denn jetzt wieder nicht in den Rücken gestochen? Das ist ja wohl auch gelogen. Die helle Bade des geflügelten Ritters. Und du versuchst mich wieder abzuwerfen? Ja, lass das nochmal. Das ist voll nicht nett. Präzisionsarmbrust und Scharfschützenbolzen. Ja, warum denn nicht? Er hat mich sogar getroffen mit seinem blöden Ding. Na, war keine Axt, das war eine helle Bade, aber kommt ja fast aufs Gleiche hinaus. Beides große Waffen, die wehtun. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. 26 Stärke. Die helle Bade der geflügelten Ritter, die den Engeln die Treue schworen. Ihre dicke, schwere Klinge ist blutbedeckt. Sie kann nur mit übermenschlicher Kraft geschwungen werden. Die stand doch gerade noch im Gegner rum. Und ich meine nicht dich. Deiner doofen Armbrust. Also guck mal, ich hab einen Bogen. Der ist viel besser als deine doofe Armbrust. Besonders wenn ich aufhöre zu zielen. Warum machen deine Pfeile eigentlich Feuerschaden oder deine Bolzen, wenn die gar nicht brennen? Au. Au. Hört doch mal auf, so viel Schaden zu machen. Muss ich so viel heilen? Ich könnte auch einfach aufhören, mich treffen zu lassen. Aber das wäre ja langweilig. Na, guck mal. Wie der einfach hier Feuer theoretisch reinspucken könnte, ne? Ein kruder Edelstein. Hoi. Habe ich die Items da sammeln? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ich lass das besser mal. Ich geh einfach mal hier lang weiter. Steht ein Ritter rum. Da stehen zwei von denen rum. Einer von denen hat gar kein Schild. Und der andere hat seine Waffe gebauft. Lass das. Mehr große Titanit-Scherben. Da. Kaputt. Hier ist gar kein Weg. Muss ich doch bei den Drachen lang, ja? Das ist ja sympathisch. Darf ich da doch jetzt gleich einfach mal... Ah ne, hier ist noch ne Treppe. Oh, hi. Gegen einen von euch habe ich doch schon mal gekämpft. Nur, dass ich besser vorbereitet war, als das. Bei dem letzten Mal konnte ich den wenigstens von der Distanz auch schon mal sehen. Jetzt gerade? Nicht. Und dann war meine Idee, nochmal zurückzugehen und meine Waffe zu verzaubern, die falsche Idee. Die wir gerade rausgefunden haben. War das sehr dumm. Hätte ich nicht machen sollen. Ich werde jetzt mal stillhalten. Ja, voll ins Knie. Na, guck mal. Das war doch schon sehr viel schöner. Das auch. Die beiden Ritter da hinten können aber ruhig weiterleben. So, und jetzt verzaubere ich erst meine Waffe und gehe dann darunter. Au. Du bist aber sehr viel aggressiver, als ich dich hier in Erinnerung habe. Du bist aber sehr viel aggressiver, als ich hier in Erinnerung habe. Du bist aber sehr wichtig. Du bist aber sehr sehr schön. Du bist aber sehr interessiert. Du bist aber Eso. Du bist aber auch sehr sicher. Und da ist auch viel aggressiver, als ich hier in Erinnerung habe. so mein gott ein erythil rapier wo ist es denn da heißt es genau wie das schwert macht auch eiskram dazu ne ist nur schneller weil es halt ein rapier ein an die vorreiter des nordwindtals überreicht ist stoßschwert der rest ist der gleiche text naja ist halt noch mehr eine beweglichkeitswaffe nee der andere von denen ist auch nicht respawned hier unten ist wahrscheinlich eh nichts anderes gehe ich jetzt gerade mal von aus da liegt noch eine kiste rum da liegen zwei kisten rum ich habe sie getreten titanitschuppe und ein geistbaum wappenschild da stehen noch zwei kisten rum jetzt gucke ich mir aber erst den schild an bei manchen sachen ist das besser als das was ich sonst so tragen möchte noch das gut gegen blitzkraut ein ritterschild mit eingraviertem geistbaum wappen einer der verzauberten blauen schilde der geistbaum wappenschild reduziert blitzschaden blitzschaden beträchtlich ja nice du bist auch echt ich wollte sagen ich konnte die kette nicht richtig sehen aber dann doch vier echte kisten zwei funkeltitanits und noch ein funkeltitanit hättet ihr auch zusammen eine kiste packen können also muss ich doch immer noch an den drachen vorbei und selbst wenn der respawn würde jetzt ich muss ja nicht noch mal runter da also alles gut könnt ihr jetzt mal aufhören feuer zu machen ich muss da lang sprinten glaube ich ich werde mir überlegen ob ich da hochlaufen soll gut dass ich es nicht getan habe ey das aber nicht nett du wirfst nicht mal weit genug da war noch einer und da ist noch jemand da ist jemand runtergefallen au was zur helle ist das ich will es gar nicht wissen da ist ja noch einer wie sind die anderen beiden gestorben aber du hast das schwert nicht abbekommen das ist ja quatsch so lass mich mal die fässer kaputt machen nicht dass hier gleich noch einer bomben runter wirft und dass hier alles in die luft fliegt schwarze feuerbomben ich will eigentlich schon wissen was das komische ding jetzt da gewesen ist aber hier liegt noch kram rum achso und ich komme von hier auch gleich auch noch dahin aber das sind aber viele na gut dass die alle mit einem schlag tot sind ein gerades bruchschwert ja nice aber sonst geht es noch ich gehe jetzt erst darüber aber das ist ein stück von dem drachen oder warte hat sein fuß aber komisch hier reingeschoben da ok ok oh nein es ist auch noch fluchkram lass das mal ich hätte das nicht angreifen soll hey ein titanitbock komm ich hab nen bogen das ding hat auch noch das leben von dem drachen natürlich klar na von der distanz sollte das gehen na ne das ist glaube ich nicht das leben von dem drachen das ist einfach von dem komischen irgendwie wegen dir ist der drache wahrscheinlich auch so schlecht gelaunt ne ah ne der ganze drache ist tot zwei titanitbrocken zwei gluts noch ne große titanitscherbe dann hast du doch wahrscheinlich dasselbe problem wollte ich sagen aber der hängt da jetzt schon tot rum ha ok dann sammle ich mir mal die items da weg noch oder vielleicht konnten die sich auch einfach nur nicht leiden und weil der verseuchte drache jetzt weg ist ist jetzt ruhe könnte auch sein oder was oh ne der ist tot hab ich mit einer sehr wissenschaftlichen methode rausgewunden ich bin einfach in ihn reingelaufen ach 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 ... ach 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 Komme ich denn da rein und hoch? Wahrscheinlich von der anderen Seite, ne? Oder wahrscheinlich war der Drache hier von der Seite auch gerade schon tot, als dieses Fieder aus seinem Fuß rausgekommen ist, ne? Und das habe ich halt nicht gesehen, weil ich hier drin war. Sagen, ich höre dich doch. Oh nein. Schrei doch nicht so, lass sie doch sitzen. Das ist ne falsche Kiste und ich habe sie angegriffen, während ich hier noch beschäftigt bin. Jetzt kommt der natürlich zusammen angelaufen, da. Ja, so eine brave Kiste. Ja, komm mit. Was hast du vorhin gemacht? Was machst du denn? Oh. Das sind meine Füße, Mann. Zieht drei Titanit-Schuppen. Oh. Oh. Ist du der Hebel für das Tor? Glaube schon. Ja. Nice. Da liegt auch noch was rum. Gleiches Kiefern. Hat den ganzen Kram benutze ich auch mal wieder so überhaupt nicht, ne? Weil die meisten Bosse fallen eh schnell genug, dass ich nicht rum experimentieren muss, welches dieser ganzen Harz so gut gegen die ist, ne? Oh. Da wird gezaubert. Nee, du lässt das aber mal, ne? Hier wird nicht noch gebufft. Nee, bleib mal hier in meinem Sichtfeld. Da sind ja zwei von euch. Ich wollte noch gar nicht hier sein. Ow. What the fuck? Warte, dein Buff und dein Magie-Gedönse von deinem Schwert sind weg. Es macht immer noch Strom. Mein Estus ist ja leer. Das ist ja doof. Na, 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 na. Ich töte dich jetzt mit meinem Bogen. Ist mir egal. Ich hab die Pfeile. Ich wollte halt noch gar nicht da unten sein. Also jetzt will ich, glaube ich, eh runter, aber hey. Ich sollte mich wahrscheinlich eh mal hinsetzen und meine Seelen wegbringen und all den Quatsch. Aber guck mal, das ist ja noch mehr. War ich nicht. Ja, wenn ich meine Seelen verliere, die Drachen machen jetzt nicht mehr, dann kann ich ja einfach hier hinlaufen, da. Schlag mir deinen doofen Schild ins Gesicht. Haha. Vernichtet. Lotrik Ritterrüstung, große Titanitscherbe und eine Sonnenlichtmedaille. Medaille für einen Sieg im Chor. Aber ich spiele gar kein Chor. Was war das? Das war ein kritischer Angriff, nachdem ich ihn aus seinem, aus seinem sicheren Stand rausgeprügelt hab. Ich hab ihn halt zum Stolpern gebracht, da ich so auf sein Schild eingedrescht hab, na. Und dann hab ich zugestochen. Ich sollte wirklich umdrehen. Das ist ne Nebelwand. Dann kann ich auch eben noch kurz ein bisschen gucken. Bis zu der Nebelwand hin. Vielleicht ist hier ja noch irgendwo ein Leuchtfeuer. Oder ein Fahrstuhl. Hey, noch ne Sonnenlichtmedaille. Ich hab nochmal im Koop gewonnen. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Natürlich nicht. Ah, guck, da ist noch so'n Ding. Von dem anderen Drachen. Und das töd ich natürlich auch wieder mit meinem Bogen. Tschüss. Bye. Deswegen hat der Drache schon nichts mehr gemacht, weil er tot war. Aber von diesem Ding gefangen war. Da ist noch ein Fahrstuhl, ne? Da ist ein Rufsymbol. Könnte ich mir Hilfe für den Boss holen? Warte, wo war jetzt der andere Fahrstuhl? Hier, ne? Ach ja. Da habe ich zwei Fahrstühle gefunden. Ne, das ist ja halt, weil ich gerade eine Glute habe, ne? Deswegen ist das Symbol da. Wenn ich jetzt die Glute gerade nicht hätte, dann wäre das auch nicht. Hier bin ich wieder. Aber der tötet mich doch. Aber habe ich schon mal eine Abkürzung zu dem Boss, ne? Muss ich nur die beiden da wegprügeln. Ja, Rufsymbol ist halt, das ist ja bei viel oder vor genug Bossen ja da, ne? Das soll es mir dann zumindest zum Denken geben, dass der Boss wahrscheinlich schwerer sein soll, ne? Will ich mir den anderen Fahrstuhl auch noch anschauen. Aber sicher doch. Ah. Ich glaube, der Sprung ist aber ein bisschen hoch gerade. So für das Leben, was ich noch habe. Roter T-Tränensteinring. Das war der, weil mein Angriff verstärkt, wenn ich wenig Leben habe. Wie ich da jetzt schon runterspringe, ich glaube eher nicht so. Steht noch eine echte Kiste rum. Noch mehr Titanit-Schuppen. So, wo bringst du mich hin? Vorrichtung bewegt sich nicht. Ah, dahin also. Wurde sagen, der Boden hat keinen richtigen Knopf, ne? Äh, dann mal zurück. Äh, nee, ich glaube nicht. Die machen schon alles gleiche, nur... Es kommt drauf an. Das ist halt... Die machen nur den einen Teil ihres Movesets, wenn sie sich entschieden haben, dann auf dem Boden rumzukriechen. Und die andere Hälfte ihres Movesets, wenn sie noch auf zwei Beinen stehen, ne? Aber in beiden Formen können sie mich packen und an mir rumfressen. Nee, ich hatte hier... Also, wenn ich... Wenn ich die Kisten aufmache, dann laufen die erstmal. Und irgendwann... Ich glaube besonders, wenn ich zu weit weggehe, dann sind sie mit mal auf allen Vieren. Aber die fangen schon alle stehend an. Wo sind meine Ringe da? Will ich mir gerade noch irgendwas kaufen? Ah, hier kommen Pfeile. Einerseits, wann habe ich den denn? Sanctus Übermantel. Ein gelblicher Übermantel, der mit einem Band aus Messingmedaillons verziert ist. Sanctus Kleidung wird von Erforschung valorener Zaubereien getragen, wobei die Anzahl der Medaillons ihren Erfolg dabei widerspiegelt. Die Forscher tragen sie mit Stolz, auch wenn ihre Bedeutung für andere verloren gegangen ist. Aha. Ashen One. Fancy. Ich habe gerade keinen... Es zu skraben. Ich habe auch immer noch keine Titanitscholle gefunden. Ich glaube, unser Dieb, der kommt echt auch nicht mehr wieder. Willkommen, Hose. Sehr gut, Herr Higgins. Äh... Oh, guck mal, ich habe jetzt... Nee, ich wollte sagen... Klar wird meine Waffe nicht stärker, wenn ich... Wenn ich bei Belast... Bop, 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 bop. Langsam. Wenn ich bei Belastbarkeit schaue und nicht bei Geschick. Ich glaube, ich will einfach noch ein bisschen mehr Leben haben. Dann habe ich jetzt tausend. Guck mal, wie lang mein Lebensbalken ist. Voll gut. Und dann will ich jetzt hier hin. Machen wir uns die Abkürzung noch gleich mal zunutze. Würde ich sagen. Ich muss nicht mal gegen die beiden Gegner kämpfen, ne? Weil ich schlau war und den Fahrstuhl schon mal wieder hochgeschickt habe. Ich kann jetzt auch einfach an denen vorbeilaufen. Und dann mit dem Fahrstuhl wegfahren. Na? Na, guck. Muss ich gar nicht kämpfen. Diese Mütze. Wenn der Fahrstuhl halt ein bisschen schneller fahren könnte, das wäre voll geil. So, dann. Ach nee, warte. Ich wollte noch den Loot da bei dem Drachen holen und so, ne? Bevor wir da zu dem Boss gehen. Ja, 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 ja. Oh nee, der Loot von dem Drachen selber ist weg. Oh. Das ist aber doof. Dann kann es ja nicht so wichtig gewesen sein. Da steht noch ne Kiste rum. Und sie ist nicht echt? Ein gerades Sonnenlichtschwert. Wo ist es denn? Da. Ich brauche 16 Glaube, damit ich es vernünftig tragen kann. Sehr gut. Ein gerades Schwert, das die Macht der Blitze enthält. Uh. Diesem unspektakulären Langschwert wohnt die Kraft der Sonne inne. Möglicherweise ist es ein Relikt eher einseitiger Bewunderung. Mhm. Foliant von Lothric. Wunder von Lothric lehren. Ein heiliger Foliant aus Lothric geschrieben in Blindenschrift, gefüllt mit den Wundern, die für Ritter gedacht sind. Gib ihn einem Geschichtenerzähler, um Lothrics Wunder zu erlernen. Es heißt, dass kein Paladin innerhalb der Feste von Lothric je fallen könnte, dank des göttlichen Schutzes, der auf ihn lag. Hat ja nicht so gut funktioniert, ne? Seitdem ich hier bin. Sind die Gegner da drin wieder da? Wahrscheinlich, ne? Weißt du was? Wir fahren einfach nochmal Fahrstuhl. Ich hab keine Lust gegen die da drin nochmal zu kämpfen. Jetzt hab ich ja so ein Ding, womit ich mich unendlich oft zurückporten kann. Dann nutzen wir das doch direkt mal aus. Gut, dass der Fahrstuhl hier unten immer so schnell losfährt, ne? Nicht wie er oben dann mit dem Schneckentempo erst losfährt, nach unten. Und das Coole hierbei ist jetzt gerade auch noch, wir fahren gleich nochmal Fahrstuhl. Weil ich geh immer noch nicht zum Boss. Pff. Weil hier war auch noch ein Item. War vielleicht sogar noch mehr als eins. Schade. Eine Kaiser-Glocke. Wo ist sie denn? Weiter unten. Mit zwölf Glaube für. Aber mit der könnte ich doch bestimmt dann mal auch Pyromantin zaubern, oder nicht? Oder mit irgendeiner Glaubenswaffe. Aber wahrscheinlich eher nicht, ne? Das wär ja zu schön. Eine von Kyther, der Göttin der Tränen, gesegnete heilige Glocke. Sie ist selbst bei Geistlichen in Karim sehr selten. Dieser Beschleuniger wird ungewöhnlicherweise durch Intelligenz beeinflusst und kann finstere Wunder wirken. Seine Existenz wird im Namen des Erzbischofs geleugnet und die Glocke wurde mit einem Kirchenbann belegt. Fertigkeit, sanftes Gebet, regeneriert, vorübergehend TP, wenn auch sehr langsam. Kann in beiden Händen gehalten werden. Ich kann mich mit dem Stäbchen heilen. Wenn ich ihn tragen könnte, aber zwölf Glaube, das kriegt man ja noch hin, wenn ich jetzt eh schon zehn habe, ne? In zwei Level. Sind trotzdem schon sehr viele Seelen. Aber das ist okay. So, und jetzt gehen wir aber gleich wirklich mal den Boss angucken, ne? Bye. So. Großer oder kleiner, Boss? Ich gehe von groß aus. Drachentöterrüstung. Aber wir kämpfen gegen das und nicht gegen das, was da rum... Au. Ich sollte weggehen. Aber ich hätte vielleicht doch bleiben können. Ich gehe so nah an ihm dran, dann doch nicht. Au. Ich dachte, du wärst nur umgefallen. Ich weiß zwar nicht warum, aber hey. Au. Au. Aua, habe ich gesagt. Oh ne Gott, jetzt mischen sich die Drachen auch noch ein. Oh, du mit deinem blöden Blitzschild, ne? Hey, ich bin auf eurer Seite. Ich bin der, der gegen die Drachentöterrüstung kämpft. Oh. 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 Der Angriff war mal wieder langsamer als gedacht. Oh. Tötet ihn, nicht mich! Das ist ja jetzt uncool. Jetzt bin ich die blöde Brücke runtergefallen. Aber hey, für den ersten Versuch war das doch gar nicht verkehrt. Hätte schlimmer laufen können. Na? Jetzt bin ich auch ein bisschen mehr vorbereitet. Dann gucken wir doch nochmal. Schwing halt mit dem Schild gleich dreimal, du. Alright, geht's mir. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, der macht eine richtige Schockwelle weg. Das hätte ich auch gerne vorher schon mal gewusst. Oh, oh. Oh, das ist toll. 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 Das hat so lange gedauert, bis der Lebensbalken verschwunden ist. Ich habe Angst gehabt, irgendwas mit den Drachen passiert noch. Aber nice. GG. Second try. Die Seele der Drachen-Töter-Rüstung wurde von einem Pilger kontrolliert und hatte seinen Meister vor langer Zeit verloren. Sie erinnert sich aber noch immer an ihre gemeinsamen Jagden. Okay. Ja, sehr schön. Hallo, second try, schönen guten Abend. So, dann gucken wir doch mal, was die Bossseele so tolles kann. Ah, found her, did we? And the black eyes that shimmer within I see. Tis as if it were but yesterday. We did all we could to spare her from them. So, much has happened since. Mayhap I should apprise thee of what the thin light of these eyes might reveal to the eyeless firekeeper. The eyes show a world destitute of fire, a barren plain of endless darkness, a place born of betrayal. So, I willed myself, Lord, to link the fire, to paint a new vision. What is thine intent? The eyes? Sag ich dir nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Seine Waffe und seinen Schilds. Kann ich beides nicht gebrauchen. Ja, ich bin gerade dabei, einmal Dark Souls 3 durchzuspielen. Genau, ich arbeite noch dran. Mit der Glocke werde ich das doch auch nicht machen können, was ich machen wollen würde. Ah, komm, machen wir trotzdem mal. Kann ich sie wenigstens tragen. Warte, falsches Menü hier. Nee. Aber ich kann mir noch neue Glauben holen. Ich möchte trotzdem einen Stab wieder tragen. Sorry. Ich wollte dich nicht töten. Oh, Champion, have you wished to hear a tail? Ich bin aus Versehen auf dich draufgesprungen. Oh, you brought me a braille divide. Now I can tell new tales of the greatest what fun. Ich könnte mir jetzt nachher ein Heilwunder mitnehmen, ne? Oder ich könnte, wenn ich noch ein paar Punkte mehr in Glauben mache, könnte ich meine Waffe segnen. Erhöht die Angriffskraft und stellt nach und nach TP wieder her. Das klingt ja eigentlich auch nett, ne? Brauche ich noch drei Punkte mehr, oder? Brauche ich noch drei Punkte, oder eher nicht? Welcher Ring war das denn? Oh, guck mal, sogar auf 17 hoch. Hätte ich zwar ein bisschen weniger Leben wieder. Dann könnte ich den Glauben jetzt schon ausrüsten. Das Wunder. Kann man ja mal machen, ne? Nee, weg wollte ich jetzt nicht mehr. Zauber einstimmen. Du kommst wieder weg. Na, wo kommst du mit? Naja. Dafür brauche ich natürlich dann das Glöckchen. Und ich kann beides zusammen definitiv nicht mehr tragen. Bei 70,4. Jetzt könnte ich auch sogar eher dann das Ding tragen, ne? Hm. Muss ich mich dann entscheiden, welches von beiden ich momentan haben will. Ooh, shiny. Na ja, dann porten wir uns noch einmal zurück. Ich glaube, dann wären wir auch fertig für heute. Was war das jetzt gerade? Einmal alle Balken da aufgetaucht. Dieses Bild immer noch, ne? Lief doch wieder ganz gut, würde ich sagen, heute. Hätte schlechter laufen können. Bestimmt. Habos, wir sind wieder gefallen. Ja. Ja. Waren wir auf jeden Fall noch mehr mit dem Spiel immer noch zu tun. Aber das kriegen wir auch noch hin. Wäre ja gelacht, wenn nicht. Aber ja, dann bedanke ich mich bei euch allen erstmal dafür, dass ihr mit dabei gewesen seid. Egal, ob geschrieben oder gelurkt oder irgendwas dazwischen. Hat mich wieder gefreut. Und dann wünsche ich euch allen jetzt noch einen wunderschönen Abend. Später eine gute Nacht, wenn ihr schlafen geht. Und bis die Tage dann. Tschüdelü. Tschüdelü. Tschüdelü.